Hallo und herzlich willkommen zu Ampelmann TV. Den hier kennt ihr ja schon. Ich bin Ariane und wir beide ziehen jetzt zusammen durch Berlin an. Hast du schon gestartet? Ja. Du hast ja den Kameratest jetzt. Wir sind heute auf dem Elbemilometer. Es geht jetzt nicht mehr. Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Jetzt können wir anfangen. Du hast ja den Matuschka. Du bist der beste Mann. Du hast ja den Matuschka. 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 Hau ihn rein für den Verein. Und kannst du mal ein komisches Dreck. Schreiben. Und jetzt kannst du mir auch erzählen. Wie lange hast du deinen wunderbaren Song schon nicht mehr gehört? Schon eine Weile. Wie offen finde ich loschant nicht. Und dann ist es... Ja, mache ich. Daas mache ich kein Problem. Und jetzt stehe kein knowledge! GleBen! Ich fand es! ulla demonstrated es auch liability. Vielen Dank, danke schön. Vielen Dank.